Warum hier süß? Guck mal da. Ich bin ne Blume, ich kann nix dafür. Baaamm! Leute, wieder in unserem Garten. Sehr gut, sehr gut. Aber ne, wie ich schon gesagt habe, es wird schon stark eng hier. Das werde ich decken hier. Ich werde versuchen hier, das alles komplett abzudecken. Diese linke Seite. Die Kollegen sind eh ziemlich nah am Garten dran, also die machen dann die harte Action. Ich mache die ultra harte Action, wisch. Guck mal, wie ich abgehe. Wie ich abgehe. Wie ich abgehe. Huhu! Habt ihr auch schon gesehen? Das neueste. Und zwar, wie ich abgehe. Wie kann man die Bombe so weit schießen? Will ich auch mal kömmen, wenn ich groß bin. I'm so hyperactive. Das ist aber kein Life für mich hier, ne? Das ist doch, das ist doch schon, äh, schlechtes Life. Oh fuck. Wuuu! Batsch! Leute, ich weiß nicht, ob das, ob das, äh, so ne coole Runde wird hier. Doch, wie süß, guck mal du. Ich bin ne Blume, ich kann nix dafür. Baaamm! Oh shit, ich bin da. Ich bin da. Jetzt verpisst mich auf meinen Platz. Denk hier immer woanders. Das habe ich doch hier locker im Griff. Uhu. Super. Wuuu! So, also, hier oben. Nachladen ist nicht hilfreich, also, ist schon hilfreich. Wenn man rechtzeitig nachlädt, ist nachladen gar nicht so übel. Und das ist ja ein Grund, wie habt ihr? Alter, wie krass! So, ich teste jetzt, ob das gut ist. Na, ich weiß es nicht. Ich glaub irgendwie nicht. Ich glaub nicht dran. Ich glaub nicht dran. Und weh, dann nervt mich jetzt wieder hier. Das gehört mir hier drüben. Verpisst dich jetzt. Mein Platz. Waaah! Waaah! Ich hab einen Helden abgeschossen. Waaah! Waaah! Hey, diese Forscher sind echt fies. Nein, Fettsack. Woll, weg ist er. Wuuu! So geil. Fehlgeschlagen. Ach komm. Wer ist denn jetzt verreckt? Na, okay, gut. Ich bin ja vorher in der ersten Runde aufverreckt. Ich mein, wenn man sich so ne Blumen hier aufbaut, so wie ich das hab, das ist optimal. Das ist geil. Waaah! Wie geil, wie hoch ich damit springen kann. Waaah, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Geil. Waaat! Waaat! Danke. Ich weiß nicht woher es kommt, aber da... Nicht zu früh freuen. Die Runde ist auch nicht überstanden. Oder? Ne halt, da muss jemand geheilt werden. Mach ich mal locker. Mach ich mal locker hier. Oh, shit, unser Garten, unser Garten. Dann mach ich jetzt mal hier, fahr jetzt mal die ganz harten Geschütze auf. Aber schon ne Heilpflanze, brauch ich auf jeden Fall. Da bringt mir das herzliche Geschütz nichts. Waaah! 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 Brains! Insta-kill! Jetzt hab ich aber wieder Bock auf Ding, auf Kot. Auf Zombie bei Kot. Scheiße, da ist sie mich falsch. Scheiße! Hopp ist mal ne Feuerpflanze. Feuerpflanze. Komm an den Start, Feuerpflanze. Jawoll, jawoll, hilft mich. Waaah! Bam! Eine Überlebenspflanze ist hinten. Das war jetzt gerade eng, aber ja... Ich würde nicht Killer heißen, wenn ich das nicht überstanden hätte. Und ich hab's überstanden. Ich bin ich als Killer. Waaah! Du bist immer auf zu schießen von hinten, gell? Waaah! Oh Gott, wenn die Runde hier überlebt ist, dann war das echt ne krabbe Runde. Da hinten ist aber auch ein Ding, dass sich keiner kümmert. Es kann auch noch nicht alles kaputt sein hier. Oh Gott, ich bin gerade voll still, weil das so knapp ist. Ich überlebe schon nicht. Ja! Der Nebelmann naht. Ist er das? Bezeichnet er sich selbst als Nebelmann? Ja, er ist behindert. Gut. Ey, aber ich glaube, das überlebe ich nicht. So hart schon auf den Sack gekommen. Na! Double kill, bitches! Wo lang müssen wir denn hier? Kommen wir da runter? Nee. Leute, wir lassen uns hier gerade einsperren. Oh. Oh, Leute. Wie unangenehm ist das gerade? Lass mal lieber gehen. Scheißegal. Schnell. Okay. Oh, shit. Hier ist nur ein Eimer. Fuck. Meine Pflanze hilft mir so gut. Gibt es da tatsächlich eine Blickrichtung, in die ich hier drehen hätte müssen? Ich dachte, die kann 360 Grad. Naja, jetzt kann ich den Kübel gleich nicht pflanzen. Was ist gescheitig? Oh, so lange überlebe ich gar nicht mehr. Ja, scheiße. Ja, du hast es verpasst. Ich bin dann tot. Fuck. Naja, dann kann ich alles haben. Ich habe ja gesagt, das wird schwierig. Cool. Das macht übelst Spaß. Ja, ich verlasse mal die Lobby, ja. Denn ich habe jetzt hier schön fast eine Stunde aufgenommen. Es reicht jetzt erstmal. Als dummen Schwätzer-Ding, es reicht jetzt allemal. Und wenn ich mich spute, kann ich heute Abend noch einige Spielevorschläge abarbeiten. Wirklich ein sehr geiles Spiel. Also ich werde mir das demnächst einfach, ich werde mir das demnächst holen. Und dann können wir ja ein paar Mal zusammenzocken. Zum Ablauf werde ich dann noch ein Video machen. Ah, ich bin so müde. Aber heute ist das YouTube-Shop-Walk sagt wieder. Seit der Tag in Folge YouTube-Arbeit. Damit ich einfach mal ordentlich Material habe. Okay, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend noch, gell? Ciao, ciao. Wer will alles Battlefield 3 haben? Origin Key. Bäh! 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 Vielen Dank.